Hallo und moin Freunde des BrickCampBowers. Herzlich willkommen wieder bei Modden of the BrickBowern und heute bauen wir das Set 60157, das Krokodil. Ist aber nur ein Teil von dem Set und auch nicht das Krokodil, was man eigentlich meint. Eine Dschungel Expedition. Ob das jetzt wirklich so heißt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich wollte eigentlich bei BrickBatch gucken, habe es aber jetzt vergessen und jetzt drehen wir einfach weiter. Das Set kann man bei BrickMerch nachgucken, das gibt es bestimmt noch irgendwo für unter 10 Euro zu kaufen, wenn es bei Lego auch nicht mehr gelistet ist. Und von daher, seht zu, dass ihr es noch eben kriegt. Ich werde es jetzt schön aufbauen, um mir die Abenteuer dieses Sets mal zu Genüge zu tun. So, nehmen wir das schön fein Justierwerkzeug und reißen trotzdem den Karton kaputt. Mal klappt es, mal klappt es nicht, ist es im Grunde aber scheißegal. Karton, weg! Wir haben ein Krokodil-Teil. Wir haben drei Tüschchen und eine 6x6 Platte. Gut. Und eine Anleitung. Wollen wir mal gucken. Die Anleitung sagt mir, wir bauen in 21 Schritten das Floß und wiederum in nochmal 19 Schritten die komische Insel und das Ganze sind ungefähr auf 32 Seiten. Ob es noch ein Bauschritt dazwischen ist, weiß ich nicht, das werden wir dann sehen. Ich würde sagen, die Tüten auf. Nicht lang schnacken. Anpacken. Ach, diese Masse von drei Tüten. Bin mal gespannt, was davon alles überbleibt erstmal. Überraschenderweise fangen wir mal wieder mit den Minifiguren an. Die beiden Survival-Kämpfer auf den ersten Blick ähneln sich, aber die haben unterschiedliche Bedruckungen. Ich sehe es auch gerade. Ich habe gedacht, das wäre egal. Ist es aber nicht. Es ist Zufall, dass ich gerade den richtigen zusammengeborstelt habe. Hier. Ich weiß gar nicht, ob die Namen. Ist auch egal. Er hat ein paar Fransen hängen und ein paar Taschen. Ein Walkie-Talkie. Da geht es entlang, das Walkie-Talkie mit dem Seil und dem... Was ist das? Ist das ein Fallschirmgurt? Ist ja auch egal. Und dann kriegt er eine Machete in die Hand. So, zu den Taschen zusätzlich. Das nächste, was wir haben, ist die Dame. Ich habe erst gedacht, die beiden seien gleich. Aber nein, sie hat halt hier so einen schrägen Gurt. Hat kein Alternativ-Gesicht. Hat die Figur übrigens auch nicht. Und sie kriegt ein... Was ist es denn überhaupt? Ein Stab mit... Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier Papier aufsammeln will oder so. Keine Ahnung. Und die letzte Figur. Das ist glaube ich dann der Waldforscher und sonst irgendwas. Wie man sieht, der hat ein Alternativ-Gesicht. Einmal dieses und dann dieses Erschrockene. Wir lassen ihm aber mal dieses Gesicht hier. Hier haben wir den Dschungel-Doktor. Damit er seine Frösche, die er sucht, findet, kriegt ein großes Vergrößerungsglas. Eigentlich sehr nette Figur. Jetzt kommt mein persönlicher Liebling. Das Kroko-Gagiel. Kroko-Angiel. Krokodil. Ist auch vollkommen eine Ahnung. Vielleicht ist ja auch ein Alligator. Ich habe mir mal erklären lassen, was der Unterschied ist. Und ich glaube, der Erklärer hat noch nicht ausgesprochen und ich habe es dann schon wieder vergessen gehabt. Wenn mir das einer erklären kann, was der Unterschied zwischen Alligator und Krokodil ist, gerne raus damit. Schön und dunkelgrün gehalten. Ist auch geil. Schönes Tier. Schönes, schönes Tier. So. Ich werde mal ein bisschen näher. Ich muss sowieso einen langen Arm machen, weil ich immer noch das Ringlicht hier ausprobiere. Ring Light. Ich habe gerade schon ein Video gemacht. Gucken, ob das kommt dann direkt an dem Tag heute. Also heute den Drehtag online. Ich habe gedacht, da ich jetzt diesen Oktober wenig Zeit habe. Ja, ich produziere einmal vor. Also kommt dieses Video dann von meinem persönlichen jetzigen Zeitpunkt eine Woche später raus. Aber für euch natürlich dann unverzögert jetzt. So. Damit es nicht so wieder Leerlauf gibt, wie ich den wahrscheinlich angekündigt habe und ich gerade halt ein bisschen Zeit habe. Ausnutzen. So und so. Hier habe ich das Gefühl, dass ich immer sehr viele Boote in meiner Sammlung habe. Obwohl, ja, ich habe die ganze Reihe von National Geographic hier rausgekommen ist. Vom Meeresforschungsboot bis Unterwasserstation Pipapo. Doch ich habe schon eigentlich eine Menge Boote. Das war mir eigentlich kein bisschen bewusst. Bis jetzt gerade, wo ich hier so drüber nachdenke. Aber das soll ja auch egal sein. Es sind ja schöne Boote dabei. Hier ist wieder ein schöner Print. Dieser Jaguar-Kopf oder Gepa, Puma, was immer es ist. Getupfte Katze, kann ich auch sagen. Finde ich immer sehr schön. Macht das ganze Set doch ein bisschen dschungeltauglicher und wilder, finde ich. Mir jedenfalls gefällt der Print sehr. Ich mache noch ein bisschen Alarm. Die Leuchttung dran. Ich habe übrigens keine Ahnung, wofür, was wie sein sollte. Weil ich habe das Set mal gesehen, finde es toll. Habe es mir geholt. Aber ich habe mir jetzt keine Details angeguckt. Weil ich mich gerne vom Bauen davon überraschen lasse. Ah, guck mal. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, was wollen die mit den Pins hier. Jetzt weiß ich. Das macht auch absolut Sinn. Wenn du so ein Luftkissenboot hast. Wie man das sieht. Das ist sehr knapp. Aber die passen auf der engsten Stelle genau zusammen. Ohne dass da irgendwas passiert. Auch das ist auch cool. Da hast du sogar noch eine Stelle wo du eine Kiste reinpacken kannst. Damit du da Material und Ausrüstung und Gedönsrad alles da reinpacken kannst. Wie zum Beispiel hier diese Kamera. Das ist cool. Ich glaube ist das Brot auch schon fertig. Das finde ich sehr schön. Kommen wir zum, ich glaube letzten Teil. Der kleinen Forschungsinsel. So, 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 so. Wann sonst hätte ich noch? Hat die Schlangen dabei? Irgendwie meine ich, dass die Schlangen dabei waren. Aber ich sehe das gerade keine. Ja, wir werden sie sehen. Falls irgendwo Schlangen sind, werden sie dabei sein. Und wir werden sie sehen. Habe ich schon erwähnt, dass wir sie sehen werden, wenn sie dabei sind? Ja, alles gut. Hier werden Bäume gebaut. In Natur erwachsen sie, habe ich gehört. Und da fliegt ein Flugzeug gerade über unsere Kopf hinweg. Ich weiß nicht wie ihr das hört, aber ich höre es. Ich hoffe ihr versteht mich trotzdem noch. Auch wenn ihr so eine Propeller Maschine gerade hier, äh, mein Lebenswerk, dieses Video stört. Aber, wir beeilen uns einfach und dann ist es fertig. Weil ich sehe mich auch gerade eben, dass mein Akku gleich zur Nike geht. Und ich ganz vergessen habe ein Ladegerät dabei zu haben. Deswegen machen wir jetzt einen kurzen Prozess. Ich hoffe, dass dadurch die Qualität nicht nachlässt. Aber, im Grunde lasse ich mich davon nicht beirren. Ich versuche es zumindest. Schöne Klappe. Ja cool. Münzen kommen da rein. Münzen, Münzen, alles zu. Noch ein gelber Frosch. Ein Pfeilgift Frosch vielleicht. Man weiß es nicht. Und da ist sie. Ich habe doch gewusst, da ist eine dabei. Eine kleine Schlange. Die ist schon. Schlange hier. Ich hätte selber auch mal eine kleine Schlange. Ein Pfeilgift Frosch. Ach, leider ist sie letztes Jahr dann doch verstorben. Aber die war auch schon alt. Wir haben eine kleine Handvoll Ersatzteile. Und wir haben hier das Forschungsteam. Doktor Suchmichtod. Der dann alles Mögliche abbaldobern will. Die Schlangenfängerin. Da packe ich es mal hin. Und Edgar Coole McCaim. Der dann hier mit seinem Overcraft, dem Alligator über den Kopf fahren will. Eigentlich ein sehr schönes Set. Also ich bin begeistert. Ich finde es schön. Sagt mir auch gerne was ihr davon haltet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Abo da. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, lasst mir gerne ein Like da. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video bald wieder. Also bleibt mir gewogen. Bis dahin dann. Ciao. Ciao.